Musik 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 So, ich halte jetzt meine Spitzhacke kaputt. Uäh, was war das? Alter, das mich erschreckt. Was ist das? Oh, ich hab Saphire. Ja, jetzt brauche ich ja noch mehr Platz. Ich bin auch schon wieder voll. Nicht angucken. Nicht den Enderman angucken. Hamster hat Puff gemacht. Du meinst, sie hat Vollfall gemacht? Genau. Einmal abwischen bitte. Mami, abwischen bitte. Hab Vollfall gemacht. Abputzen. Zack, zack. Mami. So, hier vielleicht Diamanten. Nein. Nein. Es ist dunkel. Aber ich sollte mir vielleicht trotzdem mal so ein bisschen Gold oder sowas mitnehmen. Lässt du wieder Ressourcen legen? Macht er doch immer. Lauf da durch Gänge, wo er lang gelaufen ist und überall liegt Zeug, das äh... Ich suche ja eigentlich nur Diamanten, ne? Und ein bisschen Eisen. Ja, 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 ja. Jetzt, jetzt habe ich vergessen, was ich machen wollte. Ich könnte Brot machen, dann könnte ich das da weg machen. Zup, zup, zup. Creepa, Creepa! Ich sehe ihn! Ich sehe ihn! Bin ich heute irgendwie zu still? Ich glaube, ich bin heute so still. Wieso bin ich still? Ja, bist du still? Du bist nie still. Ich glaube, Hamster hat das Bedürfnis zu sterben. Wieso? Was bei ihr immer Puff macht. Du hast die ganze Zeit Puff gemacht. Red nicht! Das stimmt, ich mache ab und zu Puff, ja. Mh, ab und zu. Bist du Puffreis? Mhm. Badum! Puffreis! Oioioioioioio! Na nicht? Nö, 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 nö. So. Erde braucht... Erde braucht niemand. So. Alter, du scheiß Erde! Sie will aber auch immer wieder... Du magst doch Erde so gern! Blaze, warst du das? Ach nee, das war der Ofen. Oh mein Gott! Erde, jetzt gehst du mal weg da! So. Seid ihr schon wieder da? Nee, ich habe mir unterirdisch Ofen gemacht. Ach ja. Diamanten, Diamanten! Wo war ich denn jetzt zu ihm? Ah, da. Klopp, klopp, klopp. Noch mehr Gold! Klopp, klopp, klopp. Ich glaube, Gold brauche ich für die Koi auch eine Menge. Ah, wir werden belagert! Da ist ein roter Creeper in der Nähe von der Hamsterklappe! Er möchte doch nur mit dir spielen. Äh, dann nicht da lang gehen. Hm. Der bleibt draußen. Hm. Der bleibt draußen. Eiskalt. Du bist vollkommen mein, ne? Hm, was kann ich denn da? Ich kann dir auch sagen, er muss warten, bis du kommst. Hm, hm, hm. Ich will mal gucken, was da noch ist. Hallo? Ist da jemand? Nein. Keiner zu Hause. Echt nicht. Hm, ich bin nicht da. Oh, jetzt ist meine Spitzsacke futsch. Ich brauche mir neue Spitzsacke. Oh, mein Glas ist offen. Mach dir noch eine. Wow! Wieso? Mir muss auch jetzt. Wieso? Næænænænænæ. Nænænænæ, nænænænænæ, nænænænæ. Nænænæ. Nænæ Joanna. So, mal überlegen, ich brauche zwei Diamant-Zahnräder. Die Diamant-Spitzsacke sind drei. Warum bin ich eben Farmen gegangen? Ach wir, ich hatte hier noch marble. Das sind Airs, Telepods, Telepods, ich brauche mindestens 20-30 Diamanten. Ist der nicht, äh, wenig? Ist es nicht, äh, wenig? Nö. Das ist mal so zu sagen, ne? Ein bisschen Gold. Oh, Diamanten. Puff. Diamanten, ich hab Diamanten davon, ich bin Blaze. Ich hab Wasser. So, was hast du? Wasser ist zum Waschen da. Er hat den Hamster. Valeria und Valera. Da, da, da. Da, 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 da. Ich hab Melonen. Und Rote. So, hallo Niveau. Wo sind wir heute wieder? So, es ist eine Zahl. Woran dachtest du denn? So. Wahrscheinlich an die Wünschelrote. Wahrscheinlich. Melonen und Wünschelrote. Die neue Folgen benannt. Wünschelrote und Melonen. Hi. Hab ich jetzt noch Platz für Eisen? Was ist wichtiger? Eisen oder AP dann? Eisen. Achso, du stehst auf Bögen. Ja, tut sie. Halleluja, das Morgengraut. Äh, Moment. Das Morgengraut? Ich hab ja vielleicht doch vorher einen Sack machen sollen. Oh, der hat Sack gesackt. Wie, 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 wie? Oh, der hat Sack gesackt. Ähm, wie macht man sich denn einen Sack? Also nicht den Sack, sondern den anderen Sack. E-Place. Komm zu dir. Bleib mal stehen. Lauf nicht weg! Der hat halt Angst vor dir. Oh, du... Hab ich hier den Boden unter den Füßen weggerissen. Moment, 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 Moment. ich keine ahnung soll das ding da hast du da durch dieses kaputt macht ding sie verprassiert sind zwei so goldene stöcke drauf ist es ein zufälliges bild oder oder ist es irgendein anderer ofen das ist wie mit den randoms wie bei den mob das ach so ab und zu anders drauf wie bei den melonen ist auch so gewesen ich hatte keine batman melonen ja aber wir und die waren auch nicht alle mit batman sondern nur manche wo wir mal nix mehr ist wieviel diamanten habe ich jetzt eigentlich lad mich doch weg du wasser 25 mein problem ist jetzt nur wie zum teufel komme ich hier wieder raus ich habe dich schon längst wieder verloren meinst du ich bleibe bei dir danke glasdach hat so seine typen und sieht nicht wo es glasdach ist und wo nicht ich bin daneben gehopst es ist da aber kein glas war nichts 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 auch nichts hier wird es doch noch irgendwo diamanten geben die drei schritte nach links dann zwei nach rechts und dann eins nach vorne das sehe ich jetzt gar nicht dann hast du einen diamanten dann halt nicht wenn sie auch nicht helfen was hätten wir denn hier das mal hier unten belegen das kommt da hoch das kommt da hin böser creeper hatte jetzt was von pikachu das letzte mal hat er noch gesagt die pokémon ära ist an ihr vorbeigegangen aber pikachu kennst du wirst ja auch wenn du gebombt außerdem habe ich super mario smash brothers brawl auf der wii und da ist olle pikachu auch dabei ist mit dem lustig zu kämpfen sogar meine mutter kennt pikachu ja weit davon abgesehen meine ich mich zu erinnern was das du der irgendein video mit dem pikachu bademantel oder war das ein anderer hello kitty nein das war hello kitty aber ich habe erst jemanden im hello dingster im pikachu bademantel ich will auch einen hello kitty bademantel haben ich nicht ich auch nicht ein bisschen respekt vor mir selber habe ich noch wer videos auf youtube hat braucht keinen respekt vor sich selbst ja okay aber dann kann ich dir etwas lustiges erzählen das ich in japan gesehen habe und zwar war das ich überlege gerade das war wie ist diese eine insel mit dem tempel schreien jetzt muss ich mal die stimme aus dem auf fragen wie hieß das in jama und da gab es einen hello kitty schreien auf der insel noch geil wirklich nicht groß und wir hat mein mein ticket gerade probleme echt da sind kriege alle was hat ist der erzähle es uns ich werde gleich eine couch bauen ja und dann können wir damit ticket mal auf den zahn fühlen okay sie meinen so wieso zwischen ja okay ich hab's kapiert hat ein bisschen gedauert oder du kannst einen zahnarzt stuhl bauen wenn man auch auf den zahnarzt will ich hier nun wirklich nicht haben bist du richtig bist du am rausgehen place nö fuck fuck hinter mir könnte lava sein okay hinter mir ist kein na ich guck auf den zählen ich guck auf den zählen nene 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 mann guck mal das sieht hier aber aus wie mein gebaut ist bedingts da ums und so dann geht es glaube ich hier raus an dem öl vorbei das bin ich bin ich bin ich bin ich mich schmeißt die säge weg denn sie möchte ich eigentlich behauen behauen meine säge hat sich aus dem inventar verabschiedet mal wieder habe ich da jetzt schon alle diamanten oh hallo zombie springt doch in die lava ist schön warm oh oh da ist lava unter der kohle nene nene die baust nicht ab ich bin noch ein bisschen gold hier ist gold 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 bist du goldig ist wieder verbaut das ist so flauschig so süß und flauschig ich wusste gar nicht dass gold süß genau süß und flauschig ist was ich das beißt süß und flauschig das gespenst hat mich schon wieder geschubst so ich glaube ich muss hier raus denn keine fackeln mehr kein platz mehr und ja au au gehst du gehst du au hallo so jetzt erstmal hier raus finden ich aufsammeln das können wir noch mitnehmen einfach immer alles mitnehmen was geht ne irgendwas ist da gerade gestorben oder hört sich an als würde es gleich sterben wollen ach hier bin ich jetzt okay die creeper haben hier ein sehr starkes bedürfnis zu explodieren ich glaube hier bin ich nicht hergekommen nö also ich bin jetzt im hauptgang wenn falls mein namen siehst dann ist es richtig und wenn ihr seht ob ihr richtig steht wisst ihr wenn das ne wie ging das wenn die hamster rum streit ist es so lange her ist das nicht dann wenn das nicht dann geht so äh wo komme ich denn her von da raus vom wall kam her wird vorsichtig ist verbrennt sehr heute saß das aber nicht so ne nein scheiße trink was vielleicht hilft das was und nein ist nur Wasser Wasser ist nicht zum trinken sondern zum waschen da Wasser ist voll wichtig Aua wieso sind diese zwei Hausglücke anders ach deswegen sehen die anders aus weil das Hamster wieder nicht richtig zusammengebaut hat was hab ich ja hast du gar nix ich wusste gerade noch letzte Korrekturen warum haben wir hier eigentlich noch ein Loch von deiner äh ich suche die Jukebox und räume die reiße die Wände ab Aktie ach so ob sie mhm hey das kann dann wirklich sein dass ich das war so ich hoffe da ist der Ausgang und hörst du mal auf hier zu lecken das kannst du halt abend machen ich hab hier wenn du alleine bist mit dir selbst ich hab hier eine Workbench und einen Ofen im Boden gefunden aber darfst du ratten mit aber ich glaub ich bin hier voll falsch und sich eine Rüstung gemacht hat ich geh jetzt hoch jetzt kannst du dich auch nicht mal mit mir orientieren